Ja, hier ist unser neues Taischelf Produkt in Penta. Fünfeck. Das hat man problemlos aus den Boxen herausnehmen kann und im Bad in frisch verlegte Fliesen oder aber auch nachträglich einbauen. Wir haben also die Fuge hier, die entweder schon ausgefugt ist, wie wenn es ein bestehendes Bad ist. Da muss die Fuge dann sauber ausgekratzt werden, sodass man unsere Taischelfprodukte darin wieder verkleben kann und einsetzen. Um die ganze Sache dann nachher noch abzudichten, wird diese Fuge hier dann aussilikonisiert, oben und unterhalb, sodass kein Wasser mehr eindringen kann. Und fertig ist die Laube. Die Taischelf Produkte haben wir in zwei verschiedenen Designs. Einmal in Penta und einmal in Line. Wahlweise mit Reling. Oder aber auch ohne Reling. Nur das einfache Panel, wer es möchte. Oder aber wer es sicherer und bequemer haben will, hat dann die Möglichkeit, bei den Modellen mit der Reling, hier noch eventuell Waschlappen, Schwamm etc. anzuhängen. Und die Sicherheit, dass in der Dusche nichts von der Ablage abrutschen kann und herunterfallen kann.